Ich bin schon seit 1992 die Mail. Welche Tasten? Ich bin schon seit 1992 die Mail. Welche Tasten? 1 und 2 oder was? Die echt 1 und 2? Ist ja voll umständlich. Start noch muss auf dem 1. Achso. Also scheißegal oder was? Die beiden ist ja, äh, alle nehmen und, äh, man braucht nur die beiden hier und springen ein. Ich muss immer die beiden, wenn ich immer die beiden stehe. Na, wird schon passend. Also das hier. Ja, schön, wenn ich bin. Hä? Was hab ich denn jetzt gemacht? Wie? Zu dem mal drücken. Ja, wie? Zurück, zurück. Ja, wie? Zurück, zurück. Ja. So, ja. Aha. Ja, das war ziemlich kompliziert hier. Nehmt ihr das jetzt schon auf? Nehmt ihr das jetzt schon? Alter, das ist fast wie ein Klogang. Alter, das ist fast wie ein Klogang. Ist das der Jackpot oder was? Ich halte mal ja aus irgendwelchen Scheiß... 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 Äh... Äh... ...nach oben schmeißen. Spitzenplan. Jawoll. Eis, Eis. Überall Eis. Ja. Oh. Natürlich habe ich nichts bekommen. Ne, so wie es halt in meinem Leben so ist. Ähm. Es kann nichts mehr passieren, wenn wir heute Welt 5 nicht mehr schaffen. haben... Wir müssen die 4 nicht wiederholen. Ist das nicht toll? Oh! Ja, ganz... Ich hab' dir gerade angehört wie in dieser eine Ton aus dem Rammsteinlied. Ah, verdammte Bombe. Oh! Wer... Oh! Da ist er! Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich möchte hier nochmal ganz klar, äh... zugeben, dass ich... gerade sehr lieb viele Leben verballert nein ich bin doch gechillt mann ich bin gechillt oa ihr seid also scheiße keine weiten Jumps mehr machen du bist auch gleich dran lach nicht so beschissen oh nein das ist ja wohl ein Witz oder dass das Glas jetzt hier auch noch mal ist ja wahrscheinlich sind schon 10 oder so oh ich weiß was ich weiß was kommt komm Baumstamm was weißt du denn ich wusste gerade wo es den nächsten Pilz gibt aber ich scheiße glaube ich auf den Pilz und großen Haufen ich möchte nochmal anmerken dass das hier mein Lieblings Super Mario Spiel ist Alter hier wäre schon wieder so eine verfickte Flasche gewesen nein ich mache es ich lasse es einfach warum zie ich jetzt hier Radieschen raus Alter hallo da oben der Filz Alter hallo da oben der reine doch also Radieschen ja so Radieschen ach komm schon dir mal wie aggressiv die auch schon kommen Ja, alles, wie man mag. Super. Hä? Ist mir jetzt auch aufgefallen. Wahrscheinlich kann man hier keine Türen für andere Dimensionen hinwerfen, weil man in einer Vase ist, ist doch ganz logisch. Ja, stimmt. Ja, na toll. Alter. Nanananananana. Oh. Alter, ich drücke. So. Oh, wieso? Da hast du ja echt einen spitzen Level richtig gerne gehabt, wa? Ja. Mehr als ein leises Atmen und der an sich wirklich nicht. Ich hab's schon wieder getan. Ja. Ich könnte's auch Weber-Klecht nennen. Ah! 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 Ich bin ja auch nicht mehr gespielt. Nein! Es gibt's doch gar... Ich hab doch gedrückt! Was hallo? Nein! Nein! Ey, sag mal schwer sein, da bin ich ein scheiß Abgrund zu springen. Ich kann doch nicht ein scheiß Abgrund zu springen. Alter! Ja. Ja. Schön. Mit vier werf ich den auch wieder weg, oder was? So. Jetzt muss ich auf diese Drecksfische springen, oder? Ich bin doch auf den Herzen, ich bin nicht weit weg. Oh, du findest aber nicht wirklich aus wie Fische. Ah! Ah! Es gibt's doch gar nicht, Alter. Ey. Kann doch nicht so schwer sein. Ah! Mann! Warum hab ich eigentlich gar nichts mehr zu trinken? Ach, ne? Was ist denn nix? Was ist denn nix? Ah! Mann! Alter! Okay, dann sag ich jetzt schon mal whoot up, dass ihr das in besoffenem Zustand noch so gut spielt, was ist? Wir waren nicht über. Äh, natürlich nicht. Tut mir leid, ich hab' nicht versprochen. ARGH! ARGH! Wenn jemand besoff ist, dann hätte ich so an wie du. ARGH! 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 die symbolisiert unser Leben Pennersöhne, Alter, weiß es schon Oh! Verpiss dich! Powerblock! Ne, hier war noch mal mit Solo hin Wo war das? Hier Ah! Boom! Nix! Oh! Alter, was soll das denn? Zur Strafe, diesen Lachs um die Ohren ballern Nein! Draw! Jetzt komm her Ah, komm Nein! So verkackter Dreckslachs, Alter Ich will nicht, dass das so endet Voll ein Ei in die Fresse gekriegt Mann, wirf die doch richtig, du Kasper Mach die Fresse auf, du Kackvogel Ja, Kai macht dieses Bonusspiel für mich Alter Check mal this out Echt? Läger hier aufgefangen Wie geht das denn? Wie geht das denn? Nein, du musst nicht Level schaffen Oco Hi Komm schon, Alter! Nein! Nein! Okay, meine Damen und Herren We haben es nicht geschafft Stage 5 zu bewältigen Lag natürlich nicht an mir sondern an meiner Trolligen gegenüber Aber mal ganz im Ernst, Alter, ich krieg hier das Kotzen. Ah, Super Mario All-Stars, ja. Super Mario Wut-Anfall, was bin ich für eine Scheiß, entlang fliege auf dem roten Teppich, Stars. Und kann mich nur unterhalten, wenn es dunkel ist. Kackpenner, wenn ich den Toter schon sehe, ne? Wenn ich schon längst bin, vor die Fresse gelatscht, Alter. Naja, geil, damit verabschieden wir uns und freuen uns, besonders ich freue mich aufs nächste Mal.